Brigg hat im Jahr 2008 den Titel «Alpenstadt des Jahres» bekommen. Dann dachte ich, wenn du eine «Alpenstadt» hast, dann nicht nur das Gleis, der Berg geht hinter mir. Nein, dann soll man etwas machen, was Alpenweizen, Bicher, Filme, vielleicht nicht nur Alpenweizen, sondern auch Bergweizen. Wir haben ja überall auf der Weltgebirgsregion. So ist das entstanden. Wir haben klein angefangen, vor allem mit wenigen Leuten, die gekommen sind. Am Anfang waren das so 400-500 Personen, die vor 13 Jahren in den drei Däcken gekommen sind. Im letzten Jahr waren es über 4000. Wir haben das Festival auf fünf Däcken vergrößert. Was für uns wichtig ist, ist, dass es nicht nur einen deutschsprachigen Beitrag gab. Wir haben Theater auf Italienisch. Wir haben dieses Jahr ein flotter Atelier in französischsprachigen Sachen. Nicht nur einen Film, sondern auch einen Autoren. Ja, ich habe schon Freude. Aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, bin ich sonst so alt, dass man Preisen verwischt. Programme hier. Wir haben viele Maßnahmen, die wir verkaufen sind von drei Däcken. Was für uns wichtig ist, was wir wensen von drei Däcken kann? Warum ist das? Wenn wir wissen, was wir dauerkailed, kein Blut ist, wenn wir auf einmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Musik und 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 die Musik. Wir sehen uns nicht nur noch nicht. Und das ist som wir das Video, oder? Ska weiter, möchte ich übrigens nicht wieder. Untertitelung des ZDF, 2020